Damals war ich noch jünger als heute. Es waren die letzten Sommerferien vor dem Abitur. Wir waren unterwegs mit dem Zug bis nach Sizilien. Vier Schulfreunde und ich. Eine schöne Sache. Aber die Freundin war nicht mit dabei. Und so mischte sich die Vorfreude mit Sehnsucht, Melancholie, Tristesse. Und die ganze Fahrt über ging mir immer wieder ein Lied durch den Kopf. Und ich höre den Zug pfeifen. Und ich höre den Zug noch heute pfeifen. Und es ist wirklich der Zug kein Tinnitus. Und Wolfgang an meiner Seite war damals auch noch jünger als heute. Und erst mal Jean-Claude. Der war sieben. Aber er sank schon, weil seine Mutter immer so schön sank. Und ich höre den Kopf. Und ich höre den Tram. Und ich höre den Kopf. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020